So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Wer Montagabend 20 Uhr im Stream dabei war, wird es schon gehört haben, am Dienstag geht ein neues Event los. Jetzt ist es 0 Uhr 44, das heißt es ist schon Dienstag, 10 Uhr geht ein neues Event los. Das ist aber nicht das Go-Fest, denn das Go-Fest ist ja am 17. und 18. Juli. Das ist noch ein kleines Stück, denn das ist die Vorbereitung auf das Go-Fest. Denn wir haben nicht nur 25 Jahre Pokémon, den Franchise, sondern auch 5 Jahre Pokémon GO. So, ich habe das in dem Juli-Event-Kalender schon alles angekündigt gehabt, gesagt gehabt. Die Spotlight-Stunden, den Feldforschungsdurchbruch, die Raid-Borse und auch das am Dienstag, dem 6.7. ein Jubiläumsevent losgeht. Bis jetzt war aber noch nichts bekannt über das Jubiläumsevent. Jetzt ist was bekannt und das wollen wir uns natürlich jetzt mit euch angucken, was das ist. Wer im Stream dabei war, haben wir schon mal kurz drüber geredet. Ich möchte es trotzdem nochmal für alle sagen und ist ein bisschen doof, denn wir haben ja jetzt da gehangen. Den ganzen Tag hatte ich darauf gewartet, dass da was kommt, weil es am nächsten Tag losgeht. Jetzt wurde das abends angekündigt. Viele sehen das jetzt auch nicht mehr. Und wenn sie morgen dann das mitkriegen, ist das Event schon im vollen Gange. Aber Event zum 5. Jubiläum von Pokémon GO. Es gibt auf jeden Fall krasse Sachen, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Dienstag, 6. Juli, 10 Uhr bis Donnerstag, 15. Juli, 20 Uhr. Also Donnerstag, 15. Juli, 20 Uhr ist Schluss. 16. Juli habe ich dann Geburtstag. 17. Juli ist dann GoFest Tag 1. Und 18. Juli ist GoFest Tag 2. An dem Donnerstag kommen dann auch Isbo und Hannes und treffen hier ein, dass sie pünktlich zum Geburtstag da sind. Da habt ihr jetzt eigentlich gemütlich ein bisschen Zeit und könnt euch ein paar Shinies gönnen. Denn Shiny Flampion wird veröffentlicht erstmals. Und damit kann auch Shiny Flampivian Shiny sein. Was ist Flampion, wenn ihr das nicht kennt? Denn Flampion ist hier dieses kleine, hin- und herspringende, rote, eigentlich rote Pokémon. Was vom Typ Feuer ist, eigentlich ein richtig guter Feuerangreifer. Ihr seht Flampivian sieht auf jeden Fall richtig genial aus, sieht mächtig aus. Sabrina spielt, hat damals aus einem iPhone mir ein 98er bekommen, was auf jeden Fall krass ist. Wenn ihr so einen zappt und einen 100er bekommt, entwickelt das, zieht das hoch, gönnt euch XL-Bomboms, farmt, was das Zeug hält. Das Shiny ist nicht mal das Krasseste an der ganzen Sache, sondern das Flampion eben wild wieder erscheint. Ihr Flampion farmen könnt, XL-Bomboms farmen könnt und eben ein richtig krasses Pokémon euch ranzüchten könnt. Shinies nimmt man nebenbei halt mit, wenn man sie bekommt. Shiny Flampion ist für mich auf jeden Fall schon mal ein heftiges Highlight jetzt zum 5. Jubiläum. Ein besonderes Pikachu-Kostüm mit einer 5 als Ballon wird veröffentlicht. Wer die Vergangenheit verfolgt hat, da gab es ja schon mal ein fliegendes Pikachu mit Luftballons dran, was auch als Shiny da war. Alle haben sich jetzt gefreut, ja, das Pikachu kommt zurück, aber es ist ja nicht das gleiche Pikachu, es ist ja ein anderes Pikachu. Denn da ist ein Ballon dabei, der einfach eine aufgeblasene 5 ist. Das heißt, wenn ihr einen Shiny-Luftballon-Pikachu habt und das auch noch, habt ihr einfach noch eine krassere Sammlung, da das ja nochmal ein Unterschied ist. Finde ich okay, kann man machen. Pikachu wird es wild geben, Flampion wird es auch wild geben. Beide Sachen sind aber auch in Raids verfügbar. In Raids erscheinen Flampion, Igamaro, Fynx, Froxy und Pikachu. Also ihr habt die zwei Shinies plus die drei Starter in einer Raids. Deswegen bin ich schon überlegen, weil am Dienstag jetzt ist ja auch die Spotlight-Stunde mit Wieser Samen. Aber ich brauche keine XL-Bonbons, ich brauche keinen Hunderter, ich brauche keinen Shiny, ist alles am Start. Dass ich vielleicht wieder mal die Spotlight-Stunde vernachlässige und wir vielleicht Flampion-Raids anbieten. Je nachdem, wie selten die jetzt in der Wildnis sind. Ich glaube, das, was mehr rumsitzt, ist wahrscheinlich Pikachu, überall an jeder Ecke. Aber Flampion, ich kann mir nicht vorstellen, dass Flampion jetzt so häufig rumsitzt wie Pidiza. Also vielleicht wären Flampion-Raids trotzdem eine coole Sache. Raids für Zuschauer zum Anbieten, für die Leute, die das Shiny haben wollen. Oder ein gutes aus einem Raid ziehen mit gutem IV oder Bonbons-Farm. Flampion-Raids fände ich auf jeden Fall jetzt eine richtig coole Sache. Alle Starter-Pokémon der ersten sechs Generationen erscheinen vermehrt an Lock-Modulen. Die Starter der Generation 1, 3 und 5 auch vermehrt wild. Also Lock-Module lohnen sich auch wieder, weil ihr da die kompletten Starter-Pokémon von Generation 1, 2, 3, 4, 5 und 6 bekommen könnt. Generell aber von 1, 3 und 5 auch vermehrt in der Wildnis. Wir haben noch eine Infografik hier drüben, können wir uns da nochmal angucken. Es gibt eine Sammler-Herausforderung, für deren Abschluss man dem Kostüm-Pikachu begegnet, fünf Sonderbonbons erhält, sowie eine gewaltige Menge Poggebälle. Feuerwerk wird als In-Game-Effekt aktiviert. Ein Blick in den Himmel lohnt sich doppelt, da die Spielmechanik für realistischeren Himmel und zusätzliche Pokédex-Klassifikationen für alle Spieler freigeschaltet werden. Also die haben ja schon gesagt, dass der Himmel im Spiel soll dann realistischer aussehen. Das soll alles einfach viel cooler wirken. Diese Pokédex-Klassifikationen sollen mit reinkommen, dass ihr mehr Möglichkeiten habt, den Pokédex zu unterteilen, nach verschiedenen Pokédexen zu sortieren, zu unterscheiden. Ihr habt dann direkt auch einen Shiny-Dex, wo ihr alle Shinys einfach nur seht. Im Dex, was habt ihr, wie oft habt ihr und so weiter. Ist auf jeden Fall okay, um da nochmal Ordnung reinzubringen oder das Übersichtlicher zu gestalten. Für das Öffnen einer Wunderbox kann man wie der Shiny Meltan begegnen. Hier ist kein Bild davon, aber das ist auf jeden Fall auch ein Highlight für viele von euch. Manche haben noch nicht mal ein Meltan. Manche müssen noch die Spezialforschung von Meltan abschließen, um ein Meltan zu bekommen. Wer schlau ist, guckt mal in den Link in der Beschreibung unten. Da habe ich euch nämlich verlinkt immer, wie man eine Meltan-Box bekommt mit Pokémon Home. Völlig kostenfrei für jeden. Denn sonst musste man sich eine Meltan-Box rübertauschen, wenn man eine Switch hat und Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu. Einige haben das dann genutzt für bestimmte Events, wo es schon mal Shiny Meltan gab, um so eine Box abzufarmen. Mittlerweile kann sich jeder kostenlos eine Meltan-Box gönnen, ohne dass man eine Switch hat, eben über die App Pokémon Home. Wie das geht, seht ihr in der Beschreibung, ist unten verlinkt. Und Meltan gab es jetzt zweimal schon als Shiny. Das ist das dritte Mal, dass man die Möglichkeit jetzt hat, Shiny Meltan zu bekommen. Hat bestimmt noch nicht jeder. Habt ihr schon ein Shiny Meltan? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn nicht, schreibt mal rein, ob ihr noch eins braucht. Ja, so war das, genau. Dann die Forschung zum Durchstarten wird für alle Spiele erhältlich sein, die sie nicht schon letztes Jahr erhalten haben. Da gab es ja auch eine Forschung zum Durchstarten, um die Leute eben zu katapultieren. Von, ich bin hier unten, ich will hier hoch, zack, schon bin ich oben. Da gab es auch für den Abschluss bei einem Kapitel 100.000 Erfahrungspunkte mit Glückseye. Also gleich 200.000 Erfahrungspunkte. Das wird für einige ein paar Level-Ups bedeuten. Da gab es auch richtig heftige Belohnungen immer. Wer die natürlich schon mal hatte, wer die gemacht hat, kriegt die nicht nochmal. Und wer jetzt heute erst anfängt zu spielen, wird auch diese Forschung bekommen, um durchzustarten. Es gibt besondere Sticker in Geschenken, an Stops und im Shop. Das ist für mich komplett uninteressant. Der Itembeutel wird auf 3.500 erhöht. Bisher habe ich immer, wenn was erhöht werden konnte, direkt erhöht. Aber Jülchen hat auch schon gesagt, wer das macht. Sie wird es wahrscheinlich so lassen. Andere sind selbst mit 500 Plätzen gut bedient. Ich werde erstmal abwarten. Ich werde es erstmal doch wohl nicht erhöhen. Die Coins, das sind ja glaube ich 20 Euro, die ihr da ausgeben müsstet, um das zu erhöhen. Immer um 500 Plätze. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal das Go-Face abwarten. Das wird nämlich mega teuer, was man da alles raiden muss. Haben wir heute Girafarig-Video noch geguckt. Diese ganzen kostümierten Sachen dann in den Raids hin und her. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Es gibt neue Itemboxen im Shop. Guckt die euch an. Jede Form von Log-Modulen hält eine Stunde an. Auch eine feine Sache. Normalerweise eine halbe Stunde. Jetzt also eine Stunde. Ihr seht nochmal die Pokémon aus der Sammler. Herausforderungen, die man braucht. Bisasam, Glumanda, Shigi. Endivir, Vollriegel, Kanimani. Gekabor, Flämli, Hydropi. Shellast, Panflam, Plinfa. Serbifoi, Floingotaro. Pikachu mit Ballon. Und dann bekommt ihr einen Pikachu mit Ballon. 80 Poge-Bälle und 3 Sonderbomboms. Also das haben sie auch schon hingeschrieben, was es dann da gibt. Ist natürlich auch schön für die Medaille. Eine weitere Sammler-Herausforderung. Ansonsten habt ihr Pikachu als Shiny. Hoffe ich. Flampion. Flampivian als Shiny. Wenn ihr hier nochmal drauf guckt, seht ihr Appearing in the Wild. Also das war ja vorhin noch unklar. Weil dann nur was stand mit Pikachu. Flampivian. Flampion meine ich. Dass sie in einer Raids erscheinen, zusammen mit den anderen Startern. Aber ihr seht hier, in der Wildnis wird es also trotzdem Pikachu, Flampion, Shigi, Glumanda, Bisasam, Hydropi, Flämli, Gekabor, Floing, Serbifoi, Otaro geben. Also eben 1, 3 und 5. So wie es auch in dem Infotext stand. Hier seht ihr nochmal die Raids. Auch Flampion und Pikachu zusammen mit Fynx, Iga, Amaro und Froxy. Die Sammler-Herausforderung steht hier dabei. Hier seht ihr alles, was aus den Log-Modulen kommen können. Da sind halt wirklich alle Starter dabei. Von 1 bis Generation 6. Shiny Meltan ist am Start. Besonderes Digger. Eine besondere Box. Man kann den Beutel, den Item-Beutel erhöhen. Ihr habt das Wetter, den Himmel, was realistischer aussieht. Finde ich auf jeden Fall eine feine Sache. Ich freue mich ganz besonders natürlich auf Flampion. Weil Pikachu nimmt man mit als Shiny. Aber ansonsten machst du damit eigentlich nichts. Das ist einfach ein Shiny-Eintüten fertig. Flampion brauchst du schon 2 für die Familie. Und wie gesagt, Flampion einfach ein mega krasses Pokémon. Worauf freut ihr euch besonders? Habt ihr Bock? 10 Uhr geht das Ganze los. Mal gucken, wann ihr das Video dazu seht. Dann werdet ihr eh schon wissen, dass das alles am Start ist. Das war es jetzt eigentlich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Euer Ramses und schreibt mir raus, was werdet ihr jagen. Habt ihr es auf bestimmte Starter abgesehen oder sonst was? Viele wollen da XL-Baumoms von bestimmten Pokémon noch haben. Aber das sehen wir dann morgen. Könnt ihr morgen ein bisschen labern. Ich denke mal, wir werden Flampion-Raids anbieten. Ja, so machen wir das. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Vielen Dank.